Was jetzt, Chef? Hm, was könnte man wohl jetzt noch machen, hä? Den weißen Balken. Genau, den weißen Balken. Den Kontrast. Abspielen! Uli! Was, wie sieht's denn heute aus? Na ja, das Rücken ist gar nicht so schlecht. Also kann man ein bisschen blauer Himmel eben. Steine malen. Steine malen. Auch den Steine malen. Komm her, Junge. Uli, siehst du ja ganz schön aus. Ja, guck mal. Also ich bin zu dünn. Ich glaube, wir haben jetzt auch hier ein paar Berge. Besuch. Eins, zwei. Oh, zwei. Und Walter Frosch. Und sein bester Freund. Das ist ganz schrecklich von dem Empfang her. Ja. Habt ihr so heiß empfangen, Österreich? Ich hab Top-Empfang, wenn ich mit Uli telefonier. Was, ich bin zu dünn! Ja! 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 Wo geht's denn hin? Na, Walter Schanz. So, Mike. Warm. Hoch. Hoch. Laufen. Runter. Gehen. Ulaaam! Ich bin doch schon dabei! Uli! 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 Wie war die Anreise? Fantastisch! Der Missan hat beim ersten Mal nicht gefilmt, aber beim zweiten Mal bestimmt. Philipp, wie ist die Aussicht? Sieht super gut! Geh ins Licht! Uli! Waff zu? Fahre wieder Berg und Luft. Jetzt fahre wir die Berg und Luft. Oh, da geht einer baden, Aaaaaaah! Steht ihr was an? Beilung! Wo ist er, wo ist er? Nein, der hat Vorsprung! Schiebung! Raus Kugel! Hügel, groß, Stacheldraht Ich bin erst 37, wir haben Regen rennen Ja aber was ist denn mit der Abflussreiniger passiert? Ja, Astschere Was ist denn eine Astschere? Ja, ich weiß es doch nicht Es erinnert mich an Pömpel So, um die Kreise aus dem Klo rauszupumpen Gullideckel Uli Uli muss schachten Aber das hätte mir der Urlaub getan Ich brauche Urlaub Erdbeerjoghurt Ja? Himbeeren Schwarzwälder Kirsch Bananen Obstsalat Mit Mandeln und Obstsalat Obstsalat Nuckel an dem Kreis Wow Wow Uli! Oh, Dennis! Dennis, was habe ich denn vor? Wir wollen ein bisschen entspannen Hierher Komm, was gibt es denn hier zu essen? Wegen Fresh Pötchen Wir haben jetzt 31 gespielt Und jetzt muss ich 5 Würfel Tabasco essen Ohne Scheiße Ich werde hier sexuell belästigt Das war nicht verabsichtigt Das hier wird ein Marienkäfer Yeah Philips sehen wir gut aus Aber natürlich sehen wir gut aus Das liegt in der Familie Ja 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 Leute Was ist los jetzt? Nein, 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 nein Ja, das war doch nicht so alt Warum habt ihr schlecht? Der Yopi, hier ist der Es ist 100 Was, 6 gewonnen? Was, ich bin zu dumm?